Sehr geehrter Herr Alpes, werte Wählerinnen und Lehrer, liebe Eltern, Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Gäste. Wir als Schülersprecher der Realschule möchten Sie ganz herzlich zur offiziellen Verabschiedung der 10. Realschuleklassen begrüßen und freuen uns, dass Sie hier so fahlreich erschienen sind. Sie können sich gerne noch dahinsetzen, da sind noch Plätze frei. Und Herr Mitredo wird nur mit dem Stück Wonderwall den Abend einstimmen. Dankeschön. Das Lied, das kennen Sie wahrscheinlich alle und deswegen können Sie gerne mitsingen, gerne auch laut. Ja, danke. Das Lied, das war's. Das Lied, das war's. Das Lied, das war's. Das war's. Musik 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 Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch.